Seid ihr links oder rechts rein? Nach links Ich bin jetzt in dieser Kuppel, wo so anderes Klima ist Ja, 1000 Euro, 2000 Euro Noch ne Runde, Juhu Yo, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video Mit dabei sind heute leider Gottes Äh, YVAD Ich werd nicht reden Du wirst jetzt reden, stell dich ganz kurz in 7 Minuten vor 1, 2, 3 3 Perfekt, und iCrimax Ich hab gar keinen Bock mehr iCrimax, Digga, wie geht's dir heute? Gut, warum bist du so Warum seid ihr so schlecht drauf? Jungs, hallo Checkt ihr, was für ein Privileg das ist Meine Freunde, wir spielen nämlich heute als einer der ersten Apex Legends Season 7 Wir müssen gerade auf dem nordamerikanischen Server connecten Weil der europäische Server gerade komplett überlaufen ist Bisschen schwieriger für uns, aber ich glaube der Challenge angemessen Erstmal, Season 7 Absolut geil, wir dürfen vor allem anderen spielen Ich nehme mir auch direkt natürlich den neuen Char Horizon Ja, der hat so ein süßes Lächeln, Alter Oder, Lukas? Äh, ja, Sch*** auf, komm Das ist schon ein süßes Mäuschen Ja, schon, oder? Vor allem kann er sich hochwusten Es gibt Fahrzeuge in der neuen Map Da kommen wir vielleicht drauf zu sprechen Jetzt erstmal, ganz kurz Jungs, wer zuerst Knockdown geht, wir spielen ein paar Runden Wer zuerst hier tot ist, ja? Wir kriegen ja netterweise von EA hier einen kleinen Obolus, sag ich mal Das wir hier auch zuerst spielen dürfen Und wir wollen das ja sicherlich fair untereinander aufteilen Dementsprechend, wer zuerst Knockdown geht Ein Tausender, würde ich sagen Rein in die Runde, oder? Wer stirbt ein Tausender, finde ich eigentlich fair Ja, so viel verdiene ich im Jahr nicht Der hat 20 Kills, der Typ Der hat 20 Kills Digga, auf geht's Wir sehen hier die neue Map, meine Freunde Wir haben hier eine fliegende futuristische Stadt Sehr viel Grünes IKRIMAX ist der Jumpmaster Das heißt, er entscheidet, wo wir hingehen IKRIMAX, bitte, wohin? Oh, Bro Ich würde sagen, da, let's go Komm, da rüber, lasse ich uns Lass die mal in die Richtung Guck mal, da werden viel mehr hingehen Okay, lass uns da rüber gehen IKRIMAX, du hast du was mitbekommen, ne? Ein Tausender, wer zuerst Knock geht Ach, Digga, ne, da bin ich Ah, da bist du dabei, weil du bist nämlich reich Max, wenn du jetzt hier gut rasierst, ja, und nicht zuerst Knock gehst Kannst du pro Runde ein Tausender machen, das ist doch gut Sogar 2000 eigentlich, verstehst du? Wie pro Runde Naja, wir werden ja mehr Runden spielen Ja, Jungs, Jungs Jungs, das hier ist Full-End E-Sports Experience auf der neuen Map Wir fliegen genau dagegen IKRIMAX, bitte vorsichtig IKRIMAX, was machst du? Ach, du Sch***, Digga, okay Hier sind schon mal keine Gegner, das ist schon mal ganz gut Also, wir haben auf jeden Fall eine futuristische Stadt Waffenmäßig ist nichts Neues, glaube ich, dabei Allerdings, meine Freunde, haben wir hier Auf ganz entspannter Ehrenbruder, Basis ein Fahrzeug mit am Start Was ich persönlich ganz geil finde, hier ist ein Shotgun Wir haben auf jeden Fall direkt Gegner um die Ecke, das ist ganz geil Und ich würde sagen, Max, bist du bereit? Jaa Okay, pass auf, ich würde sagen, wir kicken direkt mal rüber, wo die Gegner sind Warte mal, wo ist denn wieder Max, Junge? Digga, der versteckt sich, IKRIMAX Wir spielen Hight & Seek Nein, 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 wir spielen jetzt hier nicht Hight & Seek, IKRIMAX Komm mal sofort zurück, Digga Die Challenge gilt für uns alle, hallo, Jungs? Ja, ich komm, ich komm, ich komm Willst du direkt feiten gehen? Na, wir müssen ja ein bisschen Action hier, sag ich mal, fürs Video Guck mal, ich kann, darf mich einfach so hinwerfen Achtung, guck mal hier Und dann teleportierst du mich da hin Okay, aber schau mal hier die neue, die neue, die neue Char Let's go, Bro, kommt hier rüber Ich glaube, wir wollen dich mal machen und abbauen Äh, Lukas, der Char ist alt, da reden wir nicht drüber Neue Map, Crispy Clean an der Stelle, also macht wirklich Spaß Sieht wirklich sehr, 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 sehr nice aus Rechts auf jeden Fall Da vorne, da vorne direkt Ich hab nur zwei Shotguns, ich muss in der Nackung gehen Da müssen wir rein, komm, komm mal mit Boah, ich schwör's, ich hab die hier gehört Ich würde das Fahrzeug auf jeden Fall auch mal zeigen, Jungs Das macht auch echt Spaß Ey, Bro, das kann doch nicht sein, hier war ein komplettes Squad Ansonsten komm, lass das Hover-Ding schnappen und zu Gegnern fahren Wo, wo ist denn der? Warte, ich guck, boah, der Map, der ist eigentlich immer gekennzeichnet Jawohl, Digga, einfach keins mehr da Alle in unserer Umgebung wurden schon geholt Das schmeckt Ey, ich seh'n Hover-Ding, seht ihr das auf der Karte? Hier kommt ein Angefer Da fliegt, da fährt einer, da fährt einer Über uns Hab einen Down, hab einen Down, Jungs Stark Nee, doch nicht, er ist nicht Down Dacht er, der Down ist aber nicht hinter mir Ich bin tot Hab ihn down Ich komm zu dir, Revi Hab ihn gefinished Sein Mate kommt hier auch noch Zieh mal zurück Ey, da ist ein Mate drauf Boah, die rastet richtig aus No Ich bin langsam Die haben mich langsam gemacht Das war ich Danke, danke, Digga Ein Climax Toaster Ey, ja, 1000 Euro, 2000 Euro Noch ne Runde Juhu, wir sind so schlecht Aber ein Climax war der schlechteste Und noch eine ganz, ganz knackige Angelegenheit, meine Freunde Wir können hier oben nen Club gründen Das heißt, wenn ihr richtige Gangster seid Ihr habt nen Squad, ihr seid homies, ihr seid so mit euren Freunden Könnt ihr hier nen Club bilden Leider Gottes sind wir alle zu low, weil wir doch Level 10 sind Weil das hat ja gerade erst angefangen, ne? Genau Ich hab schon 2000 Euro in Cash, let's go Von der Vive einmal Und von, äh Du hast gesagt, der als erstes stirbt, Digga, der schlechteste Nee, wir haben die Regeln gerade noch mal geändert Es geht jetzt darum, dass ich hier mit maximalem Geld rausgehe, Lukas, ja? Ehrenmann, Bro Komm, du bist so reich Das einzige, was du von mir bekommst, ist das hier War das ein Tausender? Ich hab mich eingesch... Perfekt So, wenn auf jeden Fall zum Club, meine Freunde, den könnt ihr hier gründen Äh, ja, was soll ich sagen Die neue Season 7 geht am 5. November, wenn ich mich nicht irre An den Start Und ihr könnt euch Apex Legends natürlich kostenlos in der Videobeschreibung einmal herunterladen Ein bisschen grinden mit den Boys und den Girls Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder Wenn es wieder heißt, iCrimax schuldet mir eine Menge Geld Bis gleich Und weiter geht's in die nächste Runde, meine Freunde iCrimax Freust du dich heute noch mehr Geld zu verlieren? Let's go! Ja Also, wir sind insgesamt schon bei 2.000 Euro für mich auf dem Konto Du hast doch gar keinen Kill gemacht Doch, ich hab einen Kill gemacht Er hat einen Kill gemacht Ich hab einen Kill gemacht und bin als Letzter gestorben Das Problem ist, Leute, man muss auch an der Stelle sagen Wir sind wirklich nicht die besten Spieler Wir sind wirklich nicht die besten Spieler Aber wir sind die besten Jungs Und mit iCrimax und der Vibe sehe ich mich auch im Club gründen, oder Jungs? Ob wir einen Club gründen? Spin-Off Perfekt Ja, kurze Meinung von euch zur neuen Season Wife jetzt hier mit Krypto am Start Ich muss ganz ehrlich sagen Grafisch Allah Macht das schon einiges her Wife hat des Jumpmaster Wife springt von der Map runter einfach mit uns Ist egal Komm, bringt nichts Ja, sag wohin jetzt? Da, ne, hier, da will ich hin Oh, da fliegen welche hin, siehst du? Ne, die fliegen uns zu Klärwert Ah, ne, wir sind da ganz alleine Jungs Nein, die fliegen genau da hin Dann gehen wir hier Wir gehen Doppelhaushälfte, wir gehen nach Deutschland Nein, die sind wieder ein Gegner, direkt Alter, ich lande in dem Haus Muss Groß Das gibt einen Tausender für mich Ich werde mir jetzt ein bisschen Cash Mesh zurückholen Nein, nein Der hat ne Shotgun, der Hund Der hat ne Shotgun Der ist ne Shotgun Ja Bitte Halt, Halt Go Ja, schade Jungs Was kann ich nicht hier machen eigentlich Oh, was ist denn das? Alter, krank Keine fliegen Hinter dir sind Gegner Den hast du grad in der Drohne gesehen Der ist hinter dir auf der Rampe Da Da vielleicht soll ich rausgehen Wie kann ich raus? Der checkt gar nichts, der Arme Digga Ich bin auch frisch Komm der Wind Digga Zwei Hin Nächste Runde Oh yeah Horitzen Ja, aber ich bin grad Ey Bitte Lukas, nicht Komm schon Ja, dann nehme ich halt deine Mutter Heute Der ist nämlich gut, weil Ich kann nämlich jetzt ein Schild machen Das heißt, ich sterbe nicht so schnell Tester Einer hat 91 Kills Was? 91 Ich bin der Jumpmaster Ich mach Jumpstyle Komm, wir gehen mal hier in die Kulturen-Türme Das sehe ich jetzt 3, 2, 1 Let's go Das hier ist ne echte Skybase Dieses Web ist ne Skybase Standardskill hat's vorausgesagt Ey, warte mal, lass mal auf das hier drauf gehen Mal gucken, was da passiert, okay? Einfach mal Spaß haben, Leute Komm, wir gehen direkt da drauf ICrymax, bitte komm, dann bist du wieder zuerst tot Dann musst du wieder Geld ausgeben Achtung, ich laufe Und zurück Kommt, Jungs, wir gehen hier vorne zu den Kulturen-Türmen Da vorne ist ein Fliegefahrzeug Flugfahrzeug Fahrzeug Das ist neu Nein, Bro, ich will einmal das Auto zeigen den Leuten Komm, Alter, mal ICrymax, bitte Wir beide im Lambo, oder? Wir fahren jetzt nur mit einem Lambo Let's go, Alter Ein Spotify-Song, Lambo finanziert So sieht's nämlich aus So, komm, Schatz, steig ein Ich fahr dich, komm Die Mauer des Todes kommt auf uns zu Ja, Mann Let's go Alter, wenn der zuerst stirbt, werden wir vor dem Weg fahren Oha, hier ist aber noch voll viel Loot Ja, genau, deshalb bin ich hier, Digga Da steig ich dann doch nur mal lieber auf Aber das ist geil, dass man jetzt den Apex fahren kann mit dem Auto, oder? Finde ich mich ziemlich Genau Jungs, wir sind in der Zone Hier wird auch ein bisschen geschossen Okay, Jungs, wer ist bereit zu sterben? Let's go Okay, Jungs, vorsichtig jetzt bitte, vorsichtig, ja? Es geht hier um Bares Und nicht für Rares, meine Freunde Mal Detektiv-Zentakel schlagen aus Alter, sollen wir hier in den Hyperloop reingehen von Elon Musk? Ich geh da rein Man kann da echt reingehen, man kann da echt reinlaufen Oh, oh Hier wird schlecht Jungs, wo seid ihr? Seid ihr links oder rechts rein? Nach links Ich bin jetzt in dieser Kuppel, wo so anderes Klima ist Nein! Ich geh da nicht rein Ich werde einfach nicht reingehen Ich werde einfach nicht reingehen Du Sollen wir da reingehen und fighten, oder? Kommen wir fighten, kommen wir fighten Nein, nein! Okay, komm Er geht rein, Digga Er geht rein Lukas Lukas, doch also geiler Ja! 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 Das war einfach Instant Karma, Digga Jetzt hol mich hoch, hol mich hoch und geh Ich hab jetzt deine Karte, ne? Hol meine Karte, ne? Nein, 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 nein Warte Hol mich erstmal Ja, geh nochmal in das schwarze Loch Link, 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 link Ich glaube, ich geh jetzt hier einfach ein Ja! Ja! Ihr seid alle so dumm Und Ciao Wo seid ihr, ne? Wo seid ihr, ne? Wo seid ihr, kleinen Kelz, ne? Wo stehst du die an, du? Ey, Max, wir sind wieder aus Null, wir beide Dos, drei, zwei, zwei, drei Ugh! Töne!